immer in der zeit gern mal in der körpern zu randomisern also killer perks auch wenn es lustig das kann ich mir gut vorstellen dann guck gerne streamer der macht das auch öfters ist immer ganz cool aber der hat sowieso öfter solche challenges oder zum zwei streamer die ich gucke so was könnte ich zum beispiel gar nicht machen weil ich gar nicht alle killer alle perks etc habe gut ich jetzt auch nicht mehr also ich habe das meiste aber ich habe nicht alles die letzten sachen fehlen mir halt dafür spiel ich zu selten dvd dass es sich für mich lohnt ja bei mir lohnt es sich gott zu dank bald wieder lohnt sich eigentlich immer tötet meine tierchen tötet ja die hat gerade gesiegt gerade hat sie gesiegt besser anschaut sehr schön zuck 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 genau dann zuck dann zuck dummer viel spaß für die horde so tough kraft lebt voll ist tabu wer ist tabu wer ist tabu der hat gesagt tabu wir wollen jetzt auch tabu ah schön so da sind wir durch genau wenn es komplett auf hexen main gegangen es macht echt so viel spaß mit ihr ich kann die überhaupt nicht ich hab diese hexe glaubt wir müssen wieder zurücklaufen na ja dann darfst du dafür neben dem ruhestand da kann man bei dem nicht irgendwie quatschen das mal zurück nee war mein problem beim letzten mal klappt ja leider nur für ein paar sekunden ja ich hab auch sowas warte noch ich bin nicht so schnell ich hab keinen sprint du hast so kurze beine ne ja da kommt er so langsam da kommt er so langsam da kommt er so langsam aber hey da fehlt es mal guter uns so lang kurz bevor wir raus sind kann ich wahrscheinlich jetzt wieder halt voll teuge ich nicht da haben wir noch was stehen hier ja Mensch wo kommst du denn her ja versteckt versteckt der kleine ja ja angeholt nicht lange auf der ist 15 ja ja geradeaus nicht so weit an der seite wir stehen lassen wenn wir stehen lassen ja da draußen gibt es doch viel mehr da draußen gibt es viel mehr und tollere EP ja vor allem die ist nachhaltig kommt immer wieder ja EP nur aus nachhaltigem Mannbau ausgeht aber das ist auch die ja die 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 energie ich hab meine noch noch zu es ist noch ein bisschen ist noch eine Minute bestimmt noch in 38 Sekunden kann ich wieder schnell rennen stimmt du sagst was wieso ich bin noch hinter dir weit hinter dir sprach Lernbubble mehr verlangt jetzt nach einem stück pizza Bananenmilch ist kein Tee Bananenmilch ich wollte gerade fragen ob es der Tee ist aus den Blumen ne ist noch nicht der Tee aus den Blumen sehr geil schmeckt richtig lecker um scheeb 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 den Ball zurück ins mehr dann gehst du duschen garstige welche lecker ja ja banana banana ich bin so schrecklich dass es kein vergleichen hier gibt doch shift drücken wenn du shift hast du drückst wenn du drüber haben dann vergleicht ist muss ich jetzt runter ich fahre ich passe farblich nicht mehr zusammen ja ich glaube wir müssen hier auf die rückseite der der feste ein bisschen was oder kommt noch mehr 16 uhr gleich unfassbar das mond ist auch cool zip 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 oh ich bin halb tot jetzt nicht mehr gar nicht wahr hier müssen wir jetzt so ein ding hinbauen müssen wir warten das glaube ich auch so ein quest-item und splitter. Dann kommen Gegner, die Mauer weg. So, hier fertig. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Genau. Ist heute sehr gesangvoll auf jeden Fall. Ja, ich merke schon. Richtiger Gesang-Stream. Vor drei Jahren sind wir dann auch mal fertig. Mh, Enerita will ich nicht mehr trinken. Ich habe ein Zuckerproblem. Oh no. Es tut mir leid. Aber Energy ist doch so toll. Aber verstehe ich. Hier stehe ich. Wie lange dauert das denn? Das dauert ein bisschen. Ist ja furchtbar. Ja, du hast noch nicht anders gesehen. Ach nee, doch stimmt. Du hast es ja noch gar nicht hoch. Ich habe gerade hoch. Warte, mach ich gleich. Mach ich gleich. Ich habe gerade mit Basuna verwechselt, tatsächlich. Ja. Ich mache zu lange auf Zahlen, der Start im Stamm. Hallo. Hey, ich werde hier, ich werde hier niemanden. Lass mich doch mal. Ach, du hast eigentlich genug Zeit. Das kannst du ruhig jetzt in Ruhe machen. Okay. Mach ich schnell. Na, aber nur verteidigst du mich. Ja. Ähm, da ist es. Ähm, die Monika in Ruhen. Sind bald alle Plätze besetzt? Tatsächlich. Sind bald alle Plätze besetzt? Ja. Müsstest jetzt dein VIP haben. Da muss ich einmal in die Einstellungen. Da rein. Was? Muss ich tatsächlich bald rausnehmen? Dann gibt es nur noch die Monats-VIPs. Weil es so viel gekostet hat. Sind noch 10k. Hat mich ein bisschen verwundert. Ja, wir haben es runtergestellt. Dafür haben wir anderes höher gestellt. Was passiert jetzt hier noch irgendwas? Äh, der Questabschluss passiert, glaube ich, irgendwann. Aber ist schon, schon schön. Ich bin Katpo-Pleite. Wo bist du denn Pleite? Wo bist du denn bitte Pleite? Wo bist du denn bitte Pleite? Ich weiß gar nicht. Äh, ne. Bei den jetzt kann ich leider nicht nachgucken. Bei denen. Auf Twitch. Total ausgebrannt. Du gibst doch gar keine Punkte aus. Was? Von der Community-Herausforderung hast du die gerade erst wieder gekriegt. Also wirklich. Alter. So, jetzt musst du diesen Dings da anklicken. Die Säule da. Ja. 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 So, jetzt musst du die Seite aktualisieren. Ah, sehr gut. Wahnsinn. 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 Wie viel er einfach hat, ne? Wie viel. Furcht das an, äh, Cat Paws. Ich meine, es sind nur die von Stream Elements, aber trotzdem. Wie viel. Eigentlich. Ich bin, glaube ich, auf Platz 3. Und bei Twitch ist es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Oh. Auch nicht schlecht. Mit Platz 8. Es lädt noch. Also, da. Ah, Jo. Oh, ich brauche es. Ach so. Ich bin heute wieder im Auge sitzen. Mein zweiter Ohrwollwand eingesetzt. Oh, ich brauche es. Oh, no. Jetzt hat der Song von King Louie eingesetzt in meinem Kopf. Du, 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 du. Schau, du, 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 du. Da fühlt seiner richtig. So was, Mann? Ja, fühle es einer richtig. King Louie ist rowl awesome. ich war immer eher baghierer fan baghierer ist auch super ich kann den immer ein bisschen zu über vorsichtig überlegtheit der denker ich glaube vom gesang ich weiß dass wir hier oben genau da wo diese höhle ist da sind auch noch fest das weiß ich ja die kommen noch recht ich hoffe es bei freilich starten oder davor steht glaube ich in koppeln bei freilich starten positiv oder negativ das ist hier die frage wir können ja nicht alles auf einmal raus haben müssen es ja noch ein paar für den abend aufgeben na stimmt alle rennen in irgendeine andere richtung hier gibt es eine tolle question klassiker wie sag mal wo kommt ihr denn her aus dem stream bitte sehr ich wollte es einen fischem fausen sagen aber okay sind dort alle so durch wie ihr ja die sind so durch wie wir die ewige sonne wird uns leiten ich liebe diese ja ich kann so was leider alles nicht hören hier war ich irgendwo auch schon mal ja und das die frage war die gucken die mal so grießgrämig hatten die ein schlechtes geschäft auf dem klo den sonnenbrunnen wie viele question sie haben ja 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 geht es denn hier jetzt noch höher ja du musst auf die rote kugel drücken Da war ne rote Kugel? Ja, da unten ist ne rote Kugel. Ach da! Tja, das muss man mir doch sagen! Oh. Gesundheit. Schollal, dich auch mal. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ist es klug, wenn ich da runterspringe? Ja, ist in Ordnung. Passt noch. Ich hab's überlebt. Hat aber noch nicht für den Erfolg gereicht, ne? Ne. Oh Gott, so viele Quests. Ja, das ist die Frage, wo fangen wir an? Am Anfang. Mein Vorschlag ist, wir fliegen erst mal nach Freymar zurück. Da wo ich auch bin. Gib mir erst mal das ab, was wir von da haben. In Naxa Loft, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen hier. Warte, aber ich muss jetzt einmal kurz... Ich muss einmal kurz den Shoutout vorbereiten. Ich bin gleich... Äh, ich sollte vielleicht auch richtig schreiben. Wäre vielleicht ganz super. Wie war euer Stream? Ich hoffe... Oh Gott, ja. Ich hoffe, ihr hättet einen wundervollen Stream. Und herzlich willkommen hier. bei unserem 24-Stunden-WOE-Stream. Wupp Wupp! Party! Und schaut gern bei... In Naxa vorbei. Immer wieder gern. Muss aber dann wieder mit den Hundis raus. Alles gut. Aber wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hättet einen wundervollen Stream. Und ihr noch einen schönen Resttag. Wir sind hier, äh... Gerade in Burning Crusade unterwegs. Ich muss da einmal hoch zu den Jungs. Ich weiß schon wieder nicht mehr wohin. Da hin. Wir sind in Burning Crusade. Sonst machen wir jetzt hier die Party. Wupp 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 Wupp. Ja, zwischendurch so ein paar Gesangseinlagen. Und, äh... Ja, war super. Danke. Wir wünschen dir auch einen super Resttag. Versuch später nochmal reinzuschauen. Würde mich sehr freuen. Aber jetzt erst mal viel Spaß mit den Hundis. Ja. Wie gesagt. WoW ist hier aber kein Main-Game. Für die, die jetzt hier neu sind. Es ist tatsächlich kein Main-Game. Wir spielen in aller Regel FF14. Oder halt Witcher und Konsorten. RPGs und sowas. WoW ist, äh... Wunsch-Game gewesen. Und das wurde im 24-Stunden-Stream eingelöst. Also... Ne. Zwei in einem. Ja. Flug ein Pfötchen. Der Schuldige sitzt mit dem Voice. Der gute Dufte. Ich hab da mal nichts zu tun. Nein! Du hast ja nur die Punkte eingelöst. Du hast mit der Sache nicht das Geringste zu tun. Hier... Ach, hier ist die eine PvP-Quiz, glaub ich. Du hast... Du hast mich das Geringste gesehen. Genau. Aaron! Ah, schön. Ja, läuft doch. Was macht ihr? Hey, das nächste Gebiet zu den Bünden stimmt heute noch. Ecke? Uh-uh. Wir nähren uns hier. Wir sind ganz überschritten. Begleiter irgendwas. Überleben des Stärkeren. Folger sechs Sekunden lang sämtlichen von euch und umgegleiter erlittenen Schaden. Geil. Ähm. Das dann muss ich nicht annehmen. Wee! Das sind viele Nebenquests hier. Was führt euch hierher? Kitty ist erstmal überwältigt. Äh. Wir sehen uns wieder. Ja. Kitty denkt sich nur, warum müssen so viele Neo-Quests sein? Jaaa. Magst du keine Neo-Quests nicht? Ich hab neulich ein Video gesehen. Skyrim. Und... Willst du nicht langsam mal die Hauptquests machen? Och ja, ja. Ich fang jetzt langsam mal wieder an mit Hauptstory. Ja, dein Questgeber, der ist schon... Bild von Voldemort eingeblendet. Ne? In seinem kleinen Embryo-Stellung. Ganz am Ende. Und... Oh, der sieht aber komisch aus. Ja. Der wartet jetzt seit Ewigkeiten, dass du hier die Hauptstory weitermachst. Dann kommt irgendein Futsi aus dem Hintergrund. Ey! Ich hab hier noch ne Quest für dich! Oh! Ja, warte! Ich komm sofort! Junger Mann! Ich bin gleich bei ihn! Und rennt wieder weiter. Haupt-Quest. Nebensache. Schnelles Junge-Sache. Das hat mich irgendwie an mich erinnert. Du versuchst die Haupt-Tocke zu verfolgen und dann kommt einer nach dem anderen und bietet den Nebenquests ab. Jaap. Das hat irgendwie an mich erinnert. Skyrim, wann hab ich mal die Hauptstory gemacht. Aber die Nebenquests sind auch wirklich gut. Ja. Wenn du nicht gerade in irgendeine Spinnenhöhle rein musst. Aber ich hab meine Spinnen ja immer durch Beeren ersetzt. Ich glaub, es gab irgendwann auch mal ne Katzen-Mod. Ja, Schweine. Einer Schweine. Echt? Weiß ich nicht, aber gehst bestimmt. Ja. Ja, ich glaub auch. Aber... Ich weiß nur, was es mal Katzen gab. Also so Säbelkatzen, aber ich wollte es nicht nur mit den Katzenplätten. Aber am geilsten ist halt diese Bären-Mod, wo die Spinnen dann zu Bären werden und dann alle nur so rumlaufen. So... Du denkst ja nur so... Okay. Das ist ein bisschen Panne. Oder der Wolf haucht dann irgendwann so. Fickst du das? Hm, 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 hm. Was ist hier faul? In dem Spiel Satisfactory gibt es auch so einen Spinnenfilter. Da werden die Spinnen zu Katzen köpfen. Stimmt. Das hab ich mir mal erzählt. Irgendjemand hat mir das mal erzählt. Genau, das sieht alles aus. Ach ja. Ähm. Jaaa. Jaaa. Guck auf die Karte. Aber wir haben die rechte Hälfte der Menschen. Das ist alles jetzt auf der linken Seite. Ja, Gott. Ähm. Am Fuße der Zitadelle würde ich als erstes machen. So, das ist das erste. So, das ist dann gemacht. Ah, da. Äh, bitte einmal wieder zurück. Ah, da, ja. Okay. Oha, die Allianzfrau nimmt die Türme ein. Fliegst du? 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 Juhu, er fliegt. Fliegst du? Ja, ich bin grad faul. Ich bin grad faul. Fliegst du? Ah, schön. Also wenn die Allianznahme noch den letzten Turm annimmt, können wir doch die PvP Sache machen. Niemand mag PvP. Niemand mag PvP. Ja, es ist eine Allianzfrau hier, die wir gesehen haben. Niemand mag PvP. Richtig. Wobei interessant wär's schonmal, aber... Niemand mag PvP. Niemand mag PvP. Und wenn du da als Hordler oder Allianza mit einem Lowlevel rumlaufst, im steilen Staatgebiet, wirst du schon echt schnell abgeschlachtet. Ja, es gibt keine PvP-Server mehr. Echt? Und ich hab dich abgeschafft wie jetzt? Ne, du hast jetzt diesen War-Mode. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er einen PvP-Server haben will oder nicht. Du kannst Open PvP jederzeit an- und ausschalten in der Hauptstadt. Oh, der hat ja auch noch Mission. Kitty, voll Reizüberflutung. Ich bin zu Hause. Du bist zu Hause. So bescheidst du aber auch. Da kennt dich noch jemand, der dich vorher auch immer gebracht hat. Du musst dir auch immer sagen, ey, du bist zu Hause? Sicher, vielleicht sitze ich gerade im Internet-Café? Möglich, aber nein. Der hat mit der Antwort gerechnet, wie deine PvP-Café ist, die gibt's noch? Äh, ich weiß, dass sie bei uns auf jeden Fall noch da sind. Ähm, ja, vereinzelt gibt's doch noch welche. Ähm, ach so, wir müssen das Banner hier aufstellen. Ähm, das Glanz. Mh-Mh-Mh-Mh. Das hat ja falsch gemacht. Ja, ich bin nur nicht die Truppenkommandant irgendwas. Wo ist denn der Truppenkommandant? Ähm, äh, der liegt irgendwo mitten drin. Nein, er ist bespawn. OOOOOO. es hat aber noch funktioniert oh ja mein das gerade fast leer geworden vielleicht muss ich aber auch noch mal zu meiner klopause ich muss mich nur irgendwo sicher hinstellen klopause klopause ja ja das kriegen wir hin stemmen uns nur sicher haben mega und weiß cremig saftig 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 dufte besser dann siehst du mehr mein schatz dufte beschützt uns und ich gehe pippipaul machen das schlimmste ist ja